Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme Season von Let's Play Minecraft Together Season 1 mit mir und dem Tobi. Tobi hat eine schöne Lederhose an. Oh Leute, ne, das war optimal. Alter! Okay, okay. Hälfte Schaden hat das gemacht? Ey, ich töte es mich mit dabei. Alter, das macht nur die Hälfte Schaden. Hilfe! Lass mich, Traum oder ich muss dich töten, ne? Ich töte dich. Nein, lass es. Alter! Stopp! Frieden! Ey, Frieden! Frieden! Ja! Für die, die, die! Ich hole mir gerade... Alter, ich habe das auf drei Herzen mit runtergefahren. Junge. Okay, also, äh... Nein, das... Ach, das ist gar keine Unendlichkeit, ich Idiot. Ui! Ich sehe auch nicht mehr mit Opti-Fi in dem Fall, der ist irgendwo im Junk. Äh, Tobi, guck mal, was ich für dich habe, du wolltest hier unten beim Neta-Raum weiterbauen, ne? Guck mal, ich gebe dir mal alles, was ich im Inventar habe davon. Voll geil, oder? Wieso hat das so viel? Weil wir letztes Mal im Neta waren. Oder war das bei dieser Aufnahme, wo... Also, äh, es können Bugs auftreten, die hatten wir ja auch schon letztes Mal. Äh, scheiße. Äh, das liegt daran, dass, äh, das, äh, Tom's PC abgeschmiert ist, bei der Aufnahme. Das war auch letztes Mal so, dass wir dann plötzlich die Sachen im Inventar hatten. Ähm, keine Ahnung warum. Aber wir haben nichts geteatet, also, wir sind gerade erst mal wieder seit wie vielen Wochen... Monat. Also, ich glaube, die letzte Aufnahme war im März. Und jetzt sind wir gerade, äh, Ende August 29. Da ist die... Und nach der Gamescom. Genau, vier Tage nach der Gamescom. Ich hatte mal wieder Bock aufzunehmen. Ja. Und, ähm, genau, dann habe ich, sehe ich hier gerade, eine Baustelle war unser Lagerhaus, das wir machen wollten. Und dann natürlich unten unsere geilen Neta-Höhle. Die gucke ich mir jetzt auch nochmal an für euch. Genau, da wollte ich an einem Eingang arbeiten. Genau, und dass wir dann die von innen noch fertig machen. Da, letztes Mal habe ich nämlich hier nachgeguckt, wie man so eine, wie man so eine goldene Power-Wale-Craft, und dann ist mein PC abgeschmiert. Ja. Da, da hatten wir nämlich... Idiot! Da hatten wir nämlich hier schon den Raumfeld mit dem Zaubertable und so. Naja. Das sah auf jeden Fall richtig geil aus. Das sieht auch gut aus. Ja, das werde ich jetzt eben schnell wieder aufbauen. Genau, und das könnte sein. Das könnte sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob der Torn die Sachen im Inventator, aber die haben wir auf jeden Fall gefarmt. Äh, letztes Mal im Neta. Schade, dass der PC abgeschmiert ist. Die, äh, konnten wir eben nicht wiederherstellen. Wir haben... Wie lange aufgenommen? Zwei Stunden fast? Ja, schätze ich mal. Also, ich wollte es zwei Stunden aufgenommen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ärgerlich das war, als der Torben so war... Äh, also als plötzlich Skype ist quasi bei mir zuerst dann weg gewesen. Der Anruf ist so... mein Internet ist wieder am Arsch oder Torben. Weil das ist das auch. Äh, oder wohl auch gewesen. Wir haben so eine geile Kettenhaube mit Schritt 2 und das ist nicht 4 1. Naja, ich hab' ich doch mal von einem Stock hier bekommen. Und das ist aber nicht schon so lieb. Und, äh, auf jeden Fall, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ärgerlich das war, oder? Vielleicht doch. Alles war so ärgerlich. Und, äh, dann hat mich der Torben über Bestnetz angerufen und so. Ach, Tobi Haie, äh, ja, mein PC ist gerade aufgeschmiert und so auch da mit dem Arsch. Äh, der Server wird dann ja quasi immer auf den letzten Starten zurückgesetzt, weil er ja nicht so resettet wurde. Äh, und... Hast du vielleicht noch Holz dabei? Äh, ja, ein Stack. Ja, gut, also grob, aber... Nicht normales, ne? Also ganz Holzplanken. Äh, ja. Ja, egal, ich muss erstmal ein paar Kisten machen, dann geht's gleich noch mal. Ja, ja, von hier noch ein. Ja, schon mal schon. Wow! Wir spielen auch 1.6.2. Muss ich gerade noch abdrehen. Das finde ich so cool, dass das jetzt hier so mit diesem Crofting-Tail... Äh, ey, wir können ja auch mal nach Pferden hier suchen. Ja. Aber da müssen wir zwei Satteln mit dem Sattel. Äh, kann man die eigentlich jetzt grafen? Ich glaube aber nicht, oder? Nein, weil ich weiß nicht. Einen haben wir auf jeden Fall, das heißt, wir könnten uns den ja mal abdrehen. Einen haben wir auf jeden Fall. Ja, hier ist er. Ne, das ist Leder. Warte, aber einen haben wir doch. Den haben wir doch extra, doch hier oben ist er. Lol, echt? Ja, haben wir noch einen? Komm schon, komm schon, dass wir so geil... bitte, 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 bitte... jeden Tag sie sind jetzt ist es in der Mitte dann haben wir einen Wechsel und selbstverständlich bei der Bekommung auf morgen werden was ich auf jeden Fall machen muss es hier steht genauer spielen jetzt zum ersten Mal wir haben uns jetzt von seinem ein Dr. Koms in der Indische diese sagt ja ja das ist ein Prozent aber ihr könnt wirklich bewusst sein die Sachen ist auf keinen Fall gecheatet Prozent nee keine Ahnung das ist natürlich das Problem dass man die dann nicht die Aufnahme quasi nicht mehr kann man haben oder so genau das ist Prozent wir können mich aber auf die Stelle ach nie verschwärmt oder kommen die Stelle nicht theoretisch zeigen wo wir gefahren haben wo jetzt natürlich alles wieder so ist da bin ich auch mal gestorben ich weiß ja doch das war da war ich doch fahren da haben wir auch schon auf 1.6 da kann man jetzt neuerdings ähm in ganz normalen netherrack in Prozent Bricks hier verwandeln indem man sich schnellstern bekommt man quasi wie alt legt diese dinge raus und die macht man auch zu diesem Bricks um so schenkt keine Eisenspitze und und Prozent also ich brauche ja eine neue Rüstung ich habe eine Ledeau war ich habe auch nicht ständig scheiß es ist ich halte meine Vögel sagen gar nicht mal das Maul halten so jetzt muss ich selbst einmal gucken wie hatten wir das denn 3 hatten wir da vielleicht... so dann bin ich mal Kistenbaum und weil ich glaube immer schön auf den Tisch schauen und dann kommt der Kisten raus ähm ich glaub da kommt los auch scheiße ich weiß nicht mehr wie das so sieben haben wir mal gucken das wird nicht falsch ich habe gedacht dass man Bogen jetzt im Moment auf der 2 ist ich spiele ja sonst immer Spitzerkaufer 2 in Anträglichkeit 2 wenn ich mich verwahrt habe geht ja nicht, ich lebe meinen Bogen nicht zu wissen nicht da unten hinten, aber du musst nicht zu lange raus zack 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 von der Dunkelheit genau, äh Torben eventuell müssen wir das Lagerhaus dann doch noch mal versetzen aber wir können das erstmal so aufbauen lol da ist der Creeper drauf ähm dann wollte ich dann nämlich so eine automatische Sortiermaschine bauen das heißt wir können quasi äh mit Trichtern und so wir können quasi ja ja ich weiß wie ja ich weiß wie das hab ich mir auch schon mal angeguckt ja ich hab mit dem Redstone Trichter und so Redstone Trichter und so Redstone Trichter Ja man muss ja mit Redstone Trichter und den Comparator und den Comparator ich dachte ich könnte ich nicht schlagen aber ich dachte ich schon beschließend mich wieder mit einem Schwerer ja ja und den Redstone Comparator damit man what the fuck da kommt und ich will eigentlich nicht so eine Nacht raus aber ich will's so machen lol Tobi geh nicht aus dem Eingang raus warum da ist ein böser Creeper direkt darüber ok ich lockte den mal weg nee scheiß ich hab nicht verbaut oder so stirb n Creeper ist tot also so musst du es auf den Fang ich überlege gerade da hinten sind so komische Markierungen also soll ich das Lager jetzt so braun erstmal oder äh ja weil ich weiß nicht ob sich das dann lohnt ja ich meine ja nein das ist mein Gott zwischen ja anders das ist so eine Frage eins zwei drei vier 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 Treppen ich werde hier sein eins zwei drei scheiße und den Baumassier und Naturschutz gestellt aber ich n oh mein Gott äh kannst du mir mal kurz heißen äh Sprache bringen also Spitzaker ja kommst du vielleicht tot damit wir schlafen können und ich würde sagen gehen ja gleich wenn du mit die Spitze gebracht ja da das natürlich sinnvoll dass ich wieder und die sich verscheiden ja ich komme sofort ja mein Gott wo ist denn das Zeug ey wenn ich gleich Holzhacken geh dann geh ich mal ein bisschen weiter weg Tobi und dann nehme ich mir nämlich auch so ein Sattel mit und wenn ich ein Pferd finde dann zieh mich das und bringe das nach Hause ja 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 ich meine es kann nicht passieren dann bin ich geworfen ich kann nicht zurück nach hause bleiben weil ich so gern weil ich so gern kann nicht sein wir haben echt keine Sticky´s mehr ich bin ganz ja ich bin ganz also ich hab' mal 19 ja gut dann muss ich auch er macht vorerst haben die alte direkt in die Küche geht eiskalt ins Lagerhaus rein hast du da keine Tür drin? Nein und nicht oh sollte auch schon eine Tür sein okay jetzt kommt der Tobi der geht jetzt wahrscheinlich auch da der kommt hier nicht runter ne ne der steht oben am Lagerhaus okay der geht wieder rein habe ich das versucht Tatsache der geht wieder rein als ob du auf jemanden wartet, dich kill denn warum geht die Tür auf? so ich komm gleich hoch und ich kill den Krippermann da steht er im Lagerhaus dir das nicht hoch geht äh warte nein lass mich lieber ich hab nen Bogen ja ich hab das keine Schwertmann, der ist tot zack wem wir schnell die Sachen an so wieder auch Schwarzpulver von dem bekommen boah ich hab keine Spitzerkörmarsch boah den jetzt nicht mit der Hand abglauben was mal ich hab das Gefühl wenn mich nicht alles täuscht das wir nehmen aber auf ne 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 das wollte ich gar nicht sagen ich habe nämlich das Gefühl dass ich vielleicht mal auf dem Balkon ein, zwei Fackeln anbringen sollte soll ich über der Tür oder an den Ecken? ähhhhh äh keine Ahnung an den Ecken oder? ähh ich weiß nicht ja würde ich auch sagen oh ja sieht das aus so jetzt ist das hier nämlich schön hell da kann man auch mal abends n bisschen rumsitzen und genau oh lol lol hier drin ist ein Creeper reingekommen shit ich bin fast tot oh mein Gott ich komm mal unten hin lol hat der viel in die Luft gejagt? ähh nö zum Glück nicht alter wir müssen da auch unbedingt zumachen mit hier so einem sticky Pisten Eingang ja mach ich ja heute noch unbedingt mit dem Knopf ne ach so ok der hat nur so wenig mitgenommen ja ich hab jetzt schon alles wieder aufgebaut hier guck mal den ganzen Netzer Rett äh das Ding geht mein Gott jetzt kommen sie alle warte ich verteidige uns hier noch jemand der auf die Fresse will wow das ist ja na 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 nicht so da hinten haben wir noch ein Skelett oh ich springe ich springe und du gehst ja mit und du gehst noch einmal mit und du bist tot und jetzt kommt eine Spinne du bist ja das hast du den Real-Live-Video nicht geklappt man wir hatten so ein schönes Video wir haben aber noch eins also ja wenn das klappt ja das klappt ja das ist ja das einfach ohne Rennung hoch Aua das sind ja nicht unsere Schuld aber sondern jedes Programm das wir benutzen was wird Alter nein Boah Junge auch ich hab kein Buch ey ich hab kein oh ist der Zombie süß wenn er so bremnt Leute wie viele IT sich einfach mal die zerschwerten mit Flünderung Kriege weißt so Zombie-Gehirne gibt es die neu oder bekommt man die nur äh per Mord ich glaub nur per Mord oder keine Ahnung ach so wollten wir jetzt schlafen gehen will ich ja so ein Video ist tot wollten wir jetzt schlafen gehen Torben ja gerne ähm äh ich geh dann jetzt mal holl Woodhacken ich warte ich hab dir drei Eisen Wollte ich dir eigentlich geben Wollte ich dir eigentlich geben Wollte ich dir eigentlich geben ähm hier bitteschön Nein verdammt ich muss mir ich hab mir drei Eisen geben und ich mach mir jetzt auch ne Axt oder zwei jetzt noch ne Holz für Form ja und was soll ich jetzt damit soll ich dir wieder in die Wand kloppen so wie viel ne am Lager äh aus so ähm wo haben wir denn jetzt Wollte ich mir noch hier waren doch gerade noch 29 Eisen hast du das